Grüezi miteinander. Ich bin die neue Dirigentin der Musikgesellschaft Hausen. Mein erster Konzert ist die Vergangenheit. Es war eine Musikbranche in Hausen, wo wir dem Publikum viel Freude gemacht haben und mir einen riesen Spass daran hatten. Jetzt stehe ich mit der Musikgesellschaft von einem neuen, grossen Projekt. Oft kommen die Leute zum Ehren und sagen nach dem Auftritt, ich hätte auch gerne ein Instrument gelernt, aber damals ist das bei uns zuhause einfach nicht gegangen. Oder sie sagen, ich hätte auch gerne etwas gelernt, aber in der Schule musste ich Blockflöte spielen und das hat mich völlig abgelöscht. Jetzt haben genau sie die Möglichkeit, das in die Jugend zu verpassen und nachzuholen. Die Musikgesellschaft Hausen hat mit mir zusammen beschlossen, dass man eine Blöserklasse für Erwachsene gründet. Zwei Jahre lang lernen sie, ein Instrument nach ihrer Wahl zu spielen. Sie werden von ausgewiesenen Fachkräften unterrichtet. Sie spielen in ihrem Register mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen und machen von Anfang an Musik im Schülerorchester. Die Blöserklasse dauert vier Semester. Anschliessend sind sie in der Lage, in einem Dorfverein mitspielen oder ihr Gelehrten in einem Blasmusikorchester tatkräftig umzusetzen. Das habe ich sicher nicht lustig machen können. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite www.blöserklasse-hausen.ch Also, ich freue mich darauf, dass ich bald mit Ihnen die Musik machen darf. Ich freue mich darauf, dass ich die Musik mache.